Hier ist wieder der Testmittel von YouTube und in dieser kleinen Schachtel hier ist der ultimative Liebesbeweis für eure Freundin oder Frau. Und was das ist, zeige ich euch jetzt mal. Ich zeige euch nachher eine magische Tasse in Herzform mit einem Überraschungseffekt. Diese kostet 12,95 Euro plus 3,49 Euro Versandkosten. Den Link dazu im Textfeld unter dem Video. Draufklicken, kommt ihr direkt auf Amazon hin. Sollte der Link mal nicht funktionieren, könnt ihr das gerne in den Kommentaren posten. Und so schaut dann die Verpackung aus. Und dann wollen wir die Tasse jetzt mal rausholen. Und so schaut die Tasse dann aus. Verarbeitung ist sehr gut. Die Trinkränder sind schön glatt. Des Weiteren konnte ich jetzt nirgendwo Lackpatzer feststellen. Oder kleine Tonnasen, sage ich mal. Und dann werden wir gleich mal in die Tasse heiße Flüssigkeit einfüllen. Da ich wohl einer der wenigen Baben bin, die keinen Kaffee saufen, habe ich jetzt einfach mal Wasser heiß gemacht. Und das kippe ich jetzt mal hier in die Tasse und dann gucken wir mal, was da passiert. Und dann ist das kippe ich jetzt mal in die Tasse. Und dann ist das kippe ich jetzt. Und dann ist das kippe ich jetzt mal in die Tasse. Und dann steht hier, ich liebe dich. nicht schlecht mal kurz hier gucken genau da ist auch es schwarz verschwunden zeige ich mal die andere seite und da ist dann so ein rotes herz hingekommen wir waren ja vorher auch diese ornamente waren ja so ein bisschen mit schwarz hinterlegt also man kann eigentlich sagen komplett schwarz ist verschwunden tolle sache also könnte quasi ist eine überraschung für eure freundin sage ich mal oder frau die kauft die tasse stellt die auf den tisch und dann gießt der kaffee ein und dann sieht die das ja und dann habt ihr wieder sex quatsch also ist eine richtig tolle tasse super geschenk idee wer interesse daran hat den link dazu poste ich im textfeld unter dem video da klickt er drauf kommt er direkt hin ich tue mal gerade noch ein bisschen zogen dann seht das bisschen besser ja also gefällt mir richtig gut sieht auch schön aus super duper habt ihr wieder was neues bei mir im kanal gesehen kommen noch viele lustige scherzartikel ist so geschickt bekommen und ja am besten mich abonnieren dann verpasst ihr kein weiteres video und dann sage ich mal tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal